Hi Leute, ich bin hier mal wieder im Kindergarten und eine tolle Gruppe von Kindern. Könnt ihr mal guten Morgen sagen? Guten Morgen! Danke, danke, danke. Machen die super, ne? Weiß ich wohl. Wir haben uns überlegt, wir werden heute mal den Alle-Meine-Entchen-Rap hier darbieten. Und wie der geht, das hört ihr jetzt, okay? Alles klar. Auf geht's. Den Rhythmus erst und... Alle-Meine-Entchen schwimmen auf dem See. Könnt ihr mit dem Wasser schwecken in die Höhe? Schwimmen an der Land, gehen an den Strang, pinken durch die Wind an den Land. Alle-Meine-Entchen, wuuh! Alle-Meine-Entchen, wuuh! Alle-Meine-Entchen, wuuh! Entchen, wuuh! Und wieder trommeln. Alle-Meine-Entchen, wuuh! Entchen, 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 wuuh! Entchen! Dankeschön an die Kinder. Sagt ihr noch mal Dankeschön an euch. Dankeschön! Und auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Okay, tschüss!